Musik 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 du hilf mir hier reinkommen ist aber hart ich möchte es nicht es ist nicht es ist 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 es es ist 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 es aus leider gewählt mir das hier in dem spiel nicht so mit ihm ist mir echt sie wie sie aber auch nicht die tür aufspringen ich nur nicht verstehen ist da ist ja nun mal das ist elbe dort normalerweise ist jetzt hält sie dich da fest das ist zu wenig sicherlich ich habe springpasst wieder ich suche besser weiter ist die sich aber auch nicht an jede kante fest das ist ein bisschen so hast du da gerade losgelassen wir haben es doch gerade folge sind jetzt hätte ich nicht fest was soll denn das wenn ihr gleich ein lautes schreien hört liegt das daran dass meine frau schreit nicht ich hätte doch eben gerade fast geklappt das war es niemals was schreien ach das tut nah wie gesagt ach eh leid schick doch jetzt gerade nicht mal rum man sich überhaupt an dieser blöden tante da festhalten noch nie es sei dann raus ich noch ein fahrer 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 Oh, jetzt bin ich nicht erwischt. Bin ich gut? Ein streiter Klingenschweif. Was? Ja, ich dachte auch jetzt an so eine goldene Rolex. So funkelnde Uhr wäre das dann. Ah. Das sind nicht so Koras Vorräte. Oh, Alter. Kannst du mal eine Leiter runterlassen? Bin ich aufgefallen. Wie? Du kannst ja dann nicht weiter runtergehen? Das Gebäude erinnert mich dann an die Kaja, ne? Kein Lager. Muss weiter oben sein. Hab mich nur bei solchen Sachen. Wo war die Leiter? Oh. 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 Kriegsvorrat. Das sind sie also? Werden nicht lange reichen. Ich kann man echt nicht alleine lassen. Ich hab das jetzt die Gebäude aber noch nicht gedoodet. Jax und Sakura haben Ärger. Ich muss schnell zu ihnen. Na ehrlich? Muss ich schnell zu denen? Die werden es überleben. Ehre Pianer. Ehre. 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 Guck mal. Guck mal. Ist ja richtig. Aber wie komme ich da an den Luka drüben? Kann ich den Luka drüben? Nix. Ah. Ne. Ich muss mit der Kamera nicht umschauen. Ich weiß es auch so. Haupteingang. Wieso schweißt die da rein? Irgendjemand ne Idee? Mal reinkommen. Ja, von oben habe ich mir auch gedacht, aber ich kann nicht irgendwie da sehen, dass ich dann da reinkomme oder so. Wenn sie gekommen, auf den Fahnen klettern, dann wäre ich hoch genug. Dann würde das ja, glaube ich, klappen. Äh, nein, ich kann nicht hoch genug. Och ihr Leute, solltet es jetzt da nicht runterspringen? Muss auch immer noch drauf? Nee. Wer wird denn? Das sind nicht die Vorräte, die ich suche. Wie komme ich da rein? Darüber gleiten. Das wäre vielleicht eine Option. Oh. Was ist denn, wenn sie nicht sehr gut so weit springen, springst du nicht, ne? Uuuuh. Wie das rauscht. Pssst. 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 Das wird nicht ausreichen. Hmmm. Ich muss dieses Loot wohl vorerst aufgeben. Pssst. ich habe auch eine option neben dem aufbrechen oder so großzügiges lager für wertgegenstände ja ich weiß ich komme nicht dran was sieht danach aus dass ich von oben rein kann? wie bitte? da oben rüber gleiten bringt nichts von hier rüber gleiten bringt auch nichts das hier wäre die einzige stelle wo man ich habe es mir selbst verbaut glaube ich habe doch die kiste fallen lassen nicht da vorher hochklettern können das wäre so die einzige idee jetzt gerade nein runter wäre ich sogar näher dran kleine stückchen höher hier dran hochklettern hinter die strecke wird nicht klappen wäre fast das gleiche wie von dort klappt leider nicht ah du meinst es hat was mit der blume zu tun aber ich könnte jetzt noch einfach ich mache noch ein versuch weiß nicht ob es klappt es könnte vielleicht bringen das mal ist sie sind richtig PC hey so ich wähle mal ab bis du auf PC bist die Spur ist da ich habe da gerade eine Idee Weiß nur nicht, ob sie funktioniert. Schon drauf. Wenn ich da von dem Dach bis zu der Kante gehe und von dort aus rüberspringe, dann müsste ich es eigentlich schaffen. Nein, theoretisch. Praktisch gesehen ist es natürlich wieder was anderes. Jetzt habe ich den Weg nämlich verkürzt. Reagiert aber auch sehr spät mit dem Öffnen. Wuhu. Okay, gut. Dann wollen wir mal Leben retten. Oh, ein Mist. Oh, Versuche Bandswert. Definitiv geht's. Oh, mein Baum geht. Oh, mein Baum geht. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, mein Baum. Oh, mein Baum geht's. Oh, mein Baum geht's. Oh, mein Baum geht's. wenn ich doch nicht bei der oder? Boah! Steht der immer noch nicht? Wuhuhuhu! Guck mal! Alter, was ist das denn? Das ist ja mal krass! Boah, jetzt sind beide da außer Gefecht gesetzt. Ja, Munition, da brauche ich jetzt gerade eher weniger. Ich muss gerade euch beiden Luftgeber aufhelfen. Ach, hat mich erwischt! Ach, hat mich erwischt! Äh, das mache ich auch immer, wenn ich knudeln will. Ob alle fallen? Null stürmen? Ach du Schöne! Sofort werde ich in meinem Auto bleiben. Oder mich hinter meine Frau oder hinter Günterstedt. Habe ich noch das letzte King gerufen? Eine Solo? Oh ja! Was war das? Ne, irgendwas. Da, 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 da! Guter Kampf, Adler, obwohl du das Ding nicht hättest provozieren müssen. Was hast du gefunden? So gut wie gar nichts. So Korra, es gibt hier Nahrung für circa einen Tag und ein paar vertrocknete Heilkräuter. Da sollte doch mehr sein. Genug für... Ihr wolltet nie wirklich nach Hause gehen, nicht wahr? Wie meinst du das? Ein Blinder kann nicht kämpfen. Und wer nicht kämpfen kann? Die den nackt werden Korri töten, weil er blind ist? Er muss gegen eine Maschine kämpfen. Das halten sie für würdevoller. Es ist dennoch ein Todesurteil. Ihr wolltet mit den Vorräten also in der Wildnis leben? Ich dachte, es würde für den Anfang reichen. Können Sie nicht in Reinklang bleiben? Reinklang kann jetzt schon selbst kaum genug. Der Chor würde das nie erlauben. Wir sollten zurück. Ich bringe den Jungsbund heim. Wir treffen uns an der Höhle.